Es ist natürlich schön, so aus den Startlöchern gekommen zu sein, mit zehn Punkten aus vier Spielen. Persönlich hat man natürlich Ziele an sich und denen möchte man auch gerecht werden. Der größte Druck, den machen wir uns selbst, weil wir einfach unseren Platz dort oben verteidigen wollen. Mit einigen Spielern von den 60ern bin ich auch in die Klasse oder in die Schule gegangen, von daher war das wirklich auch Freundschaften, die man da weiterhin auch noch pflegt und ich freue mich, einige Gesichter wieder zu sehen. Unter den neuen Trainern haben sie eine eigene Spielphilosophie entwickelt. Das ist jetzt wirklich ein anderes Gesicht der Mannschaft, sie sind viel aggressiver, wir spielen ihre Gegner mit ihrer Idee und von daher sind wir gut vorbereitet, aber wollen natürlich den Sieg hier für uns behalten. Liebe Unioner, ich freue mich riesig drauf auf das Freitagabendspiel, Flutlicht und auf den nächsten Heimsieg. Eisernbleiben! Bis zum nächsten Mal!